Oh, böse Wolken tun sich auf! Diese Woche ist echt durchwachsen. Leute, ich bin immer noch in Australien, auch noch für die nächsten 6-7 Monate. Ich bin, könnte man sagen, endlich angekommen. Hab jetzt einen festen Job und auch einen, der Spaß macht. Ich bin jetzt Au-pair, ich bin jetzt das kleine Dienstmädchen für die Kiddies. Oh, es fängt an zu regnen. Was ist denn hier los? Es ist 11 Uhr, 11 Uhr vormittags. Haben die alle keine Arbeit? Alles Touristen. Danke, thanks buddy. Let's go! Suchen wir uns mal ein kleines Plötzlchen. Ah, die Australier, die lassen sich echt Zeit, immer schön, schön Zeit lassen. Alles ganz entspannt, als ob wir hier in Holland wären. Das ist, das ist eigentlich so mies, ne. Frauenparkplatz, doppelt so breit wie ein normaler Parkplatz. Sind die Statistiken so riesig, dass man echt sowas eingeführt hat, ey. Weil das Parkplatz für Frauen doppelt so groß ist. Ich meine, Männer sind genauso schlecht im Einparken. Da hält sich doch immer die Waage bei sowas. Ich denke, das war gut eingeparkt. Okay, wir sind da. Here we go! Woah! Wir sehen uns nochmal. Hi, I'm just searching for ND filter. Do you know what I mean? We don't sell them. Downstairs in Camerahouse do. They've got a few different grades. Ah, okay. So if you go along this level and then down the escalators and then pretend you're leaving, so you go past like a butcher's and a news agency, it's on the corner, right near an entrance, near a bakery. How's the name of the job? Camera House. Camera House. Okay, cool. They've got GoPro stuff and then on the opposite side they have flash heads, ND filters, UV filters. I just need the paper for ND filters to create my own filter. Okay, thank you very much. Ja. Ihr habt die Dame gehört. Ich geh glaube ich grad voll in die falsche Richtung. Aber ja voll Zorro Style. Hm? Halt! Zorro hat sich schon wieder verlaufen! Halt Zorro, bleib stehen! Hier geht's lang! Hä? Ich hab gesagt, die nehmen die Treppe. Das kann doch nicht so schwierig sein. Träumst du eigentlich? Sei still, du hast mir den Weg noch nicht richtig erklärt. Ach, ist das jetzt meine Schuld? Zorro, ich glaub ich muss dir Tabletten geben, die gegen Blödheit. Also ich muss runter. Ich muss runter und dann hat sie gesagt, irgendwie um die Ecke. Mal wieder hab ich nicht so wirklich hingehört, was sie gesagt hat. nur irgendwie runter gehen, die Ecke und erstmal muss ich hier einen Weg runter finden. Lululemon. Ich hab ein neues Digimon entdeckt. Das ist sch remarkkanund ziemlich fishing です! Ein heritage divisor Eve und den Blogschmer. In deramer livestreamlio Alles sex. Alles alles geht. Und da seidry. Macht einen história. Tschüss Fahrt. ALL Keith хổn. Ich hoffe, wir können das durch die Lichtbrechung trotzdem ein bisschen sehen. Okay, guten Tag schon mal. Und wieder ist mein Handy runtergefallen und alles ist durch. Außer meine Linse, aber die war ja vorher schon ein bisschen rausgebrochen. Dann blöse ich mich heute mal für euch. Ja, hier ist die Fußmatte. 1, 2, 1. 3. 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 4. 3. 4. 5. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 7 cm. Always. Way. Naja, war mal was anderes. Okay, nach langen Suchen und Dummstellen habe ich es endlich gefunden. Kamerahouse. Hi. How are you? 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 I'm just searching for an ND filter, of course, ND filter. But not really for a mirrorless camera, just for a drone, for a pocket drone. So I have to cut it by myself. Oh, wow. I need just one centimeter, I guess. Oh, so like time? Yeah. So I just can order online. Um, or actually use some plastic glasses even, you know? Cut it out. I'm going to be okay on that one. Because it's like ND-ish, basically. You know what I mean? But is it not too thick? It's of course like slightly curved. Yeah. But you will just have to kind of put paper on top of it, that's fine. Okay. Thank you very much for the information, sir. Have a nice day. Bye. Guckt euch die Objektive an. Hammer. Was sie mir gesagt haben, was eigentlich ganz cool klingt, dass man von Sonnenbrille sich das rausschneidet und dann drüber klebt, weil das auch halt, ja, ein ND-Filter ist. Ich habe keine alte Sonnenbrille. Ich habe nur die. Die ist mir auch schon ein paar Mal runtergefallen. Die Gläser sind auch schon rausgefallen, aber ich konnte wieder reinklicken. Übrigens das erste Mal bei einer Sonnenbrille in meinem ganzen Leben. Alle anderen waren dann kaputt und konnte man nicht mehr reparieren. Aber die, und das Geilste ist, das war bisher die billigste, die ich gekauft habe von allen. Ja, billig ist nicht immer schlecht. Ich weiß nicht, ob man aufs Surfing wird sogar Fernsehen übertragen. Das ist ziemlich lustig. An dem Strand, wo ich jeden Tag hingehe. Manly. Ja, war ja nochmal ein Griff ins Klo heute. Aber probieren geht über Studieren. Ich dachte, dass man da vielleicht doch was finden kann. Ich hoffe, es hat euch was und wieder viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!